hallo Leute wir kommen zu einem neuen Video über Fortnite ich dachte heute spielen wir Fortnite weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe also Video gemacht habe und ich glaube wir haben das letzte mal Fortnite in Season 3 gespielt glaube ich es war noch die alten oder war schon Tilted keine Ahnung egal wir spielen hier also heute Fortnite und ja wir machen jetzt die Battle Pass Herausforderung gerne Woche 2 also diese Herausforderung diese Suche zwischen Felsen Dinosaurier und keine Ahnung was ist hier wenn du hier glaube ich weil hier sind die Dinosaurier hier sind die Felsen ja es ist glaube ich hier irgendwo ich bin mir nicht sicher aber ja schon mal also die Map wurde echt krass gemacht dann denke ich mir ich finde es ganz toll dass so wüsste den Tagsdorn reingegeben haben muss ich aber ein bisschen unlogisch finde dass es dann wüsste gibt und dann plötzliche Gras für diese warte eier suche zwischen Oasis Dinosaurier es ist ja dann gut da ich gehe mal in die stadt und dann suche ich diese stellen ich stelle kleine dorf so gesagt diesmal habe ich nicht die 25er stufe also das gekauft sondern nur für 950 die ganz normale jemand ist schon da natürlich ich empfehle euch dieses gebiet hier weil hier einfach klasse loot gibt und viele sachen also viele chasse und ja einfach gutes loot so looten wir noch weiter ich glaube niemand ist hier in dem Dorf dieser Brunnen kenne ich so ähnlich was ist hier in Call of Duty Black Ops 3 verrückt so wie mehr es gibt ein ähnlicher Brunner in der Mitte wo die Zombies reinkommen ich brauche noch einen shotgun oder oder ein MP ja lieber ein MP MP finde ich besser als shotgun die neue sind auch gut was soll ich unterlegen mit geht oder er hat sich hier ich bin zu c4 nicht so oft also ja 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 das gibt es kein das ist jetzt wieso gibt es kein MP schau gedankst oder die neue ich brauche MP ok grüne Taktik ist passt auch aber wir sagen sie an den Couch platziert wie gesagt hier gibt es unvielte Chests schaut mal hier ist noch ein oben ist noch einer jemand kommt hat das zu schild ist also nein ich habe weh ok deswegen 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 habe ich lieber Taktik ich benutze nur mein ticket weil ich ja granatenwehr vertragen will und dann kann ich sie erst nicht traben weil ich sie nicht benutzen mindestens habe ich dann voll HP so nachladen so nachladen seit wann kann man beim Rütefall nachladen egal da gibt es auch ein Chests noch ein Medikid scheiße ich muss jetzt zum Suchen beginnen ich glaube da ist ja der könnte hier hier sein nein nope dann ist der dort oben oder dort jemand hat sich hoch gebaut ja und ich empfehle euch auto eben weil es einfach krass ist du musst dich mal gedrückt halten ich glaube w0 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 kommt egal Wo ist der Shield? Nein! Es ist nicht hier. Ja, total. Oh, ich bin gerettet. Ich wurde gerettet. Ja. Egal, wir kommen dann nächste Runde hier wieder hin und ja, wir suchen nach dem Stern. Scheiße, ich könnte Schilddrang trinken und andere Minis mitbringen. Es ist egal. Ich brauche noch Material. Abysel. Du wolltest es nicht ganz abbauen. Wieso treffe ich das nicht? Ich bin gerettet. Wait a minute. Alter! So! Das ist dein Lohn! Oder? Doch nicht! Nein, ich könnte snipen! Die Schreiber haben einen Heilbarn. Oh, das ist ein Schreiber! Den Schein hat Heilbarn. die 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 westerl amel und munition fett 2 schon mal bisher ist es noch gut bisschen ab vor halte ich hatte diese texturen wie könnten sie könnten das ist ein fehler machen der baum ist so schief okay das ist doch unlogisch also im fortland gibt es schon sehr viele unlogische dinge wo wo ah habe ihn easy was hat er für ein loot ich bin gespannt was es tut gott ihr habt keine hunde nehmt sie bitte auf wo w 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 hochlaufen ist so geil sie sind hier jetzt mal immer untergelutscht nur noch ein sniper und dann habe ich wieder habe ich schon wieder herausforderung nein nein wieso hat kanone wieso nichts kann also etwas normales das kann auch nicht sein spaß ist eine er hat da eine hand kann das sogar legendär der konnte nur trau ich eröffne sie es kommt noch eine legendäre hand kanone und blaue tektiken dankeschön nein das war mal eine gute runde mit vier kris oh mein gott wir haben schon eine runde gespielt aber immer keine herausforderung auch viele lege es war nicht so dass ich ja sie munitionskisten nein nicht schon wieder das war noch im season 4 auch durch die munitionskisten ein einzelner netz so leute ich habe ein bisschen recherchiert auf youtube wo er denkt wo sehr geheime stern ist ich habe ich hätte ich hätte die richtige vermutung das ist ja dann wo dort neben dieser berg wo dieser auto steht also ich werde ich gleich auf der mehr zeigen und also ich bin ich war daneben ganz genau daneben wo ich in den portal reingegangen bin ich war ja ich war hier oben hier hier war nicht ich sollte ja ganz nach oben gehen hier naja wir können nichts tun also wir gehen jetzt war dort sagen der stern ein und ja ein auch 一 die also wir sind gleich dort ihr seht schon wo ich es markiert habe und diese wohnmobil ist sitz hier und dann gehen wir in den portal das dort ist wo erst mal tschüss allein dabei stimmt da war ich vorher nicht dort drüben ich will so wirst du noch mal daher ein bisschen jemand ach so er hat natürlich kann man so viel wollte mich sagen glaube ich das hat aber nicht geschafft und es sollte der stern angeblich hier oben sein wenn es nicht hier ist dann ist das eine lüge hallo ist es denn wo ist die stelle mal hallo stellen stellen ja stelle die wo bist du wie soll ich herunter ich gehe mal jetzt zu den oasis und holt die chance kann wurde diese stern ist ja genau hier geht's nicht das wird leicht sein glaube ich mindestens letztes mal habe ich drei wochen dafür gebraucht dass ich es endlich geschafft habe es war so schwierig ich habe das eigentlich in 50 gegen 50 also geschafft wie wir haben schon zwei von 73 ich hoffe fast nie was von automaten außer wenn ich genug material habe und gut sachen drinnen sind legende geht das ist schon mal so noch eins da könnte noch dann sein ja wie viel habe ich schon hallo wird es nicht mit gezählt hallo schon wenn es mich mit zählt hat nichts da ist jemand ich versuche ihn zu snipen wie konnte ich das übersehen jetzt muss ich gut aufpassen damit ich es nicht verliere ich glaube ich habe ihn gesehen er ist mit dem auto gefahren ja wir sollten dir endlich nach zwei monaten wieder goldenes kann seit buddhist gold hatte ich nicht mehr hatte ich kein goldenes kann in meinen händen gehabt nur epische und spaß schnell 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 lauf 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 vielleicht ohne kommt kann ich nicht mehr zurück wir dürfen nicht aufgeben einmal bin ich so gestorben dass ich in einem dann gekämpft habe ich bin eigentlich getötet ich hätte nur noch 13 leben übrig der zone war vor meine nase ich habe angefangen zu laufen ich bin ich bin durch die zone gesprungen und das hat noch mit gezählt und ich bin ich ja tot also ich habe schaden bekommen als ich zur kreis gelaufen habe und ja ich bin endlich reingekommen und die letzte sekunde der letzte sekunde bin ich gestorben es ist so ärgerlich also dieses scheiß käfer nervt mich so ein spiel seitdem sie es eingefügt haben wie ich misst material damit ich baum kann bei 0 bei bei also war knapp dass ich nicht dass ich das nicht abgebaut habe ich habe nicht mehr bemerkt hier die kleinen kann ich schon abbauen was ist das ich hoffe nicht dass seine hand genommen warte ich weiß jetzt das wirklich eine andere Nein! Double Plistole! Okay, da war schon ein Kampf. Hat der Typ das jetzt absichtlich gemacht, dass die sachen zu verteilt sind nur bin ich hier eigentlich reingekommen ich gehe lieber auf die brücke das war ich material ist das können sie mich nicht wenn du siehst Okay, wir sind gleich bei der Zone. Ich brauche noch ein Sniper-Kill und dann hab ich 10 Sterne bekommen. Alter, wieso gibt's jetzt hier so viele Sachen? Gute Sachen. Zweimal Phamas, einmal episch, einmal legendär und ein goldenes Car. Für die, das ist wichtig. Ah, noch ein Zuppe. Alter, niemand für ein Shifty, das ist auch selten eigentlich, dass man ein Shifty ist. Und noch ein Portofort. Port. Äh, Fort. Munitionskiste? Vier ist das nicht. Herr, nein! Ich hab' nicht nur drei! Alter, der ist so... Alter! Ich hab' nicht nur drei Munitionskisten. Oh, wie viele Schildes? Ich kann's jetzt nicht tragen. Ich hab' nicht nur drei Munitionskisten aufgesaugert. Mindestens sechs oder fünf. Ich hab' das aufgesehen. Alter! Doch, ein Port... Und ein Loot-Trop. Besser kann ich sein. Nicht nur, dass ich getötet werde, aber... Ich hoffe nicht. Windpump. Ja, wenn es kein Tactical gibt, dann... ist Pump für immer da. C4. Hier. Wo ist Loot-Trop? Golden Sniper! Perfekt! Ich... ich muss vieles mitnehmen. Ich muss... Scheiß auf Portofort. Alter, der mich jetzt killt, bekommt so ein krass... Oh, hier... Ich hab' etwas schwer. Wie viel, wo ich ein Holles geben kann? Der Geschwindig ist! Ich hab' den Geht. Ich hab' da etwas Klassen. Wiese... ich musste nachladen wieso habe ich mein skar nicht benutzt ich bin so behindert oh 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 ich kann ich ich kann ich kann nicht aufsuchen nein also doch nein Mann! So! wir gehen noch mal hier hin ich hoffe dass wir jetzt das stern endlich finden warte oasis brücke tinosau ist irgendwo hier ich sollte schon springen vielleicht kann ich jemanden schnippen da oben nein nein ja Achtere, Sporterung. Es ist ein Brecht. Achtung. Schau, 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 schau. Ich bin kein Witzentü. Verstehen bleibt. Verstehen. Schau, schüt. Nein, sag nicht, dass Jan ist. Scheiße, Jan ist in ein Portal reingegangen von mir. Ich hoffe, dass wir hier etwas finden. Nein, weil ich schon gut... ...dötet wurde. Sorry. Alter, es gibt keine Waffen. Doch, dort. Just, 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 just. Ich nehme schon mal zwei Keyless. Ja. Das einzige Problem ist... Ach so, ist doch. Okay, wir haben Sturmgewehr. Und Snipermonet. Okay, passt. Ich muss mein Inventar ordnen. Schnell, so, so. So. Perfekt. Ich muss das kleine finden. Da unten ist sowas. Und dort ist ein Portal nicht so ernst. Ja, da haben sie gekämpft. Ja, da haben sie gekämpft. Ja, das ist sowas. das doch aber ich kann doch ein bisschen spaß als sei das problem ist dass ich ihn verloren habe und das ist nicht gut weil er kann überall von überall kommen mission ja ich bin damit geht und er geht so wie die munition jetzt aber damit die munitionskisten war so viel aber damit die munitionskisten als uhr ding stark ich habe ungefähr 56 eingesammelt ich ist damit die siebte ein oder die sechste und steht dann immer nur drei ich habe auch sogar gefragt wieso das nicht allerdings mit zählt ja deswegen fama fama's fami Okay. Ja, das mag ich, wenn ich in der Zone bin. Ah ja, ich hab noch kein Schild. Ich versuch mal, den Loop-Druck zu holen. Hoffentlich ist dort Schild drin. Oder ist es zu weit? Es ist irgendwo hier. Schauen wir mal, wo der ist. Ja, da ist Unter. Ich glaube, ich geh nicht hin. Ich hab ein Leben, also ich versuch. Dann schau mal. Vielleicht bin ich dagegen und dann kann ich ihn töten und nutzen. Ich hab ein niedriger Schwanz drauf, dass ich ihn töte. 100 Leben gegen 200. Wieso öffnet niemand die Drops eigentlich? Ich hab's nicht. Es gibt was normales. Es gibt was normales. Es gibt was normales, da gibt es mir weniger. Und dann ist es mir ganz gut. Das ist nicht so gut. Ich bin nicht so gut. ein bisschen abfüllen das macht kein problem aha polberger ein kleiner polberger da wenn not jetzt muss ich noch was finden wurde jetzt muss ich noch herausfinden wo der andere ist nämlich gesnipt hat dort oben das finde ich nach unten das problem ist habe ich wieder kein mit kids ich meine schild konnten sind auch welche der typ das oben nervt mich in der kampfst was ich muss hoch das berg oder oder ich lute erst mal dann wird das nicht im portal dem riss ich hoffe dass der mich nicht sagt sonst bin ich im a da ok da kam die kam von dort ja zwei perfekt ich glaube da oben ist niemand mehr hier wo wo zum glück bin ich dahinter zu hier ja da kleine Der Tuxlerkler hat einfach mal eine Böse. Schüt, 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 schüt! Nein! Ah! Ich muss mich heilen. Nein, ich will! Ja, Tanz noch in meiner Fresse. Ja, genau. 57 Leben. Okay, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Es war kein Klickbild, weil wir haben doch eine Herausforderung mit Sniper geschafft. Es war eine coole Runde auch dabei. Und, ja. Dankeschön. Tschüss! 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 Schlimmer, 2, 3 Elfe verschieden. Das ist immer noch ein K��特arm. eth Wentz, wir Amelia Tunzen. Tschüss! Tja?